Salatwerkstatt auf der AG Technica am Stand des Spezialmaschinenherstellers Ferrari. Wir servieren viele Kunden, die färben Salat, Lattice, Brokkoli, Cauliflauer und Salatwerkstatt. Heute möchte ich Ihnen dieses Produkt, das Sie sehen auf meiner Seite sehen. Es ist eine Maschine, die heißt FPC. Es ist eine Maschine, die wir verkaufen, um Lattice transplantieren auf Plastikmulch. Wir fühlen, dass es sehr wichtig ist, diesen Produkt zu offeren, weil, heute Abend, Plastik, besonders Organikplastik, Bioplastik, wird mehr und mehr populär in den Färben, weil sie reduzieren die Verwendung von Chemikalien im Grunde, und weil, wenn es riecht, Lattice bleibt clean. Es ist sehr wichtig für diese zwei Gründe. Die Maschine ist sehr evoluted. Wir kombinieren die Hydraulik, Neumatik und Elektronik. Wie es funktioniert ist ziemlich einfach. Hier, in dieser Bereich, gibt es die Operatoren. Normalerweise, ein Operatoren fügt zwei Räume von Plastikmulch. Obviamente, dieses Modell, das Sie sehen jetzt, ist eine vier Räume. Und in dieser Bereich, die Plastikmulch, die Plastikmulch, die Plastikmulch, werden nach dem Grunde, durch diese Belze, die Sie sehen hier. Wenn wir ein bisschen in diese Richtung sehen, Sie sehen, dass die Plastikmulch hier ist. Das ist eine bioplastikmulch, mit 12-mikronen Höhe. Die Plastikmulch geht nach dem Grunde. Dann die Maschine machte die Plastikmulch in den Plastikmulch. Und dann, in einem zweiten Schritt, gibt es ein Finger, die die Plastikmulch in die Plastikmulch in die Plastikmulch. Diese Maschine kann entweder ein Trachter-Pull mit einem Trachter in der Fronten oder self-propelled, also kein Trachter mit einem Motor, die wir auf der Maschine gebaut haben. Vielen Dank.